Ah 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 Aldemar HD Kutsch Toll Hey Leute Hier ist der Aldemar Mit Subnautica Zuletzt habe ich abgespeichert Auf der Insel Da war es dunkel Jetzt ist es Tag Es gab ein Update Es ist ein bisschen anders geworden Irgendwie Auf jeden Fall ist links die Anzeige So schräg Auf einmal glaube ich Und äh Die Zahlen sind was kleiner geworden Ich weiß nicht ganz genau Es sieht alles so ganz anders aus Irgendwas wurde geändert Ja, mein visuelles Auge kann das nicht. Mein visuelles Auge kann das nicht erkennen. Deswegen, scheiß drauf, wir gehen erst mal weiter. So, ich soll noch das Beet scannen. Danke für den Tipp nochmal. Ja, das scannen wir jetzt nochmal gerade. Und dann gehe ich zum Gipfel. Ich hoffe, wir schaffen das, bevor es dunkel ist wieder. Es ist gerade erst hell geworden. So, jetzt sind wir nochmal hier bei den Arschlöchern. Sehr gut. So. So. Okay. Ich soll das Beet hier scannen, ja. Das habe ich aber ges... Ich kann das nicht scannen. Ich kann das nicht scannen. Calorie deficiency detected. Okay, wir haben Hunger. Scheiße. Okay. Okay. Ich muss die irgendwie wegnehmen, damit ich das scannen kann. Nein! Geht weg, ihr kackt, Bratzen! Warte mal, kann ich die essen? Oh, das geht. Guck mal. Oh. Boah, ich muss die anpflanzen bei mir. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Früchte, die ich direkt essen kann. Ach, verdammt nochmal. Wie viele sind denn da drin? Lila Gemüse. Du bist auch so ein Lila Gemüse. Warte, ich muss mich kratzen. Ah, verdammt nochmal. Komm, wir bringen das zurück zum Boot. Ja, ich brauche auf jeden Fall Platz. Lila Gemüse. Scheiße. Kann ich das auch essen? Ne, das ist Lila Gemüse. Das ist ein Saat. Ja? Egal. Da brauchen wir nur eins von. Lila Vasenpflanzen-Samen. Guck mal. Kleine Mormonen-Melone. Mormonen-Melone. Marmor-Melone. Nicht Mormonen. Mormonen-Melonen. So, nochmal. Ich glaube, ich kann das nicht scannen. Das geht gar nicht. Ja? Du musst das scannen, Aldemar! Scannen das schnell! Los, Aldemar! Das ist wichtig! Nein, ich habe doch schon ein Außenbeet. Das ist... Ich glaube, es gibt kein Unterwasser-Außenbeet. Äh, Überwasser-Außenbeet. Das ist ein Außenbeet. Da. Ja? Alles das Gleiche. Hier sind auch überall Früchte. Toll. So. Äh, äh! Mehr kann ich hier nicht scannen. Ich meine, hier kann man nichts scannen. Ja? Ich habe alles. So, wir gehen hoch. Ich will auf diesen Berg da eigentlich. Nee, auf den da. Ne? Auf den da. So, wo ist nochmal der Weg? Ah, ich habe mich verlaufen. So, hier. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. So, Lampe brauche ich nicht. Äh! Äh! Froschenhals! Quack! Quack! So, ich brauche unbedingt, äh, 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 eine Andock-Bucht, damit ich, äh, diese Inventarslots für die Seemmotte bauen kann. Oder ein Zyklopen-Dingens, Blueprint finde. Schön hier, oder? Wie gesagt, wenn es nachts ist, sieht es aus wie bei Avatar. Ich bin der geborene Avatar, auf jeden Fall. So ganz blau. So, hier habe ich nichts mehr gesehen. Letzte Nacht. Letzte Nacht war es sehr dunkel hier. So, nach oben. Äh, äh! Gleich sind wir da. Bin fast da. Bin fast da. Ah, guck mal, hier haben wir, okay. Jetzt kann ich doch Stuhl und Schreibtisch. Oh! Oh ja! Das ist die Rezeption. Ja, unsere Rezeption bei Subnautica. Unserem Handelsport. Stuhl. Starship Desk Blueprint. Oh, toller Name. Mano. So, jetzt hier die Blumendinger. Pötte, geht nicht, haben wir schon. Lila Gemüse, das lassen wir mal da drin. Falls das, was wir gesammelt haben, nicht mehr... Das war's schon, ja. Mehr gibt's hier nicht. Schade. Auf der anderen Seite gibt's auch noch eins, guck mal. Oh, da müssen wir auch hin. Scheiße. Oh, guck mal. So weit kann die Grafik nicht. Okay, die, äh, äh, die Auflösung nicht. Okay, wir gehen da rüber. Kann ich hier runterspringen? Ja, das dürfte gehen. Kein Problem, Aldemar. Guck mal, wir können direkt da rüber gehen. Dreck. 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 Ich will diese Mormondinger unbedingt... Ne, wie hießen die nochmal? Diese Früchte an diesem Baum pflanzen. Wir müssen gleich, äh, uns, äh, Außenbeete bauen. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. Am besten... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie... Mh... Ob man denn eine Leiter an die Plattform anbringen kann? Egal, müssen wir mal gucken. Die Musik ist aus. Stille. Gefahr droht. Waaah. Waaah. Ach, ist auch geschafft. Das ist aber nicht arbeitssicher hier. Das melde ich, wenn ich wieder auf der Erde bin. Oh, guck mal. Innenbeetkasten. Oh mein Gott. Wir können in Innenpflanzen anbauen. Toll. Das ist lieber kleiner als alles andere. Oh, wir können richtige... Oh. Farnpalme. Achso, und die Eier. Die kann ich einfach ins Aquarium packen. Danke für den Tipp. Auch nochmal, so. Hengelfruchtbaum. Hehe. Hengel. Hengel. Hehe. Hudenbaum. So. Den. So. Nehmen wir uns mal ein paar davon mit. So. Wenn ich ein bisschen schlage, gibt das irgendwas? Pinke Blume. Das sind Pilze. Ich glaube, das ist... Ne. Oranger Pils. Oh. Oh. Observatoriumfragment. Das habe ich noch gar nicht. Sowas auch. So. Observatoriumdingens. Da ist Hülle. Hier haben wir auch wieder alles. Whee. Schluck auf. Das ist nichts. Ich glaube, wir haben es. Okay. Okay. Wir reisen zurück nach Hause. So. Da. Ah. Oh. Ah. 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 Oh. 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 Guck mal. Hier. Voll der Wald. Uh. 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 Wir müssen zu sehen, Motte. Schön. Sehr gut. So. Zurück. 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 Ich will hier mal nach oben bauen, glaube ich. Ich baue dir eine Plattform über Wasser und da bauen wir die großen Kästen. Ja. Würde ich sagen. Äh. Gerade am Anfang, glaube ich. Das ist einfacher zu beobachten und so, glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich. Oder den kleinen. Aber ich habe noch keine anderen Dinger gebaut. Aber ich darf nicht vergessen. Operation Zyklop. Zissi. Ist immer noch nicht vollendet. Wir brauchen immer noch Parts. Parts. Uns fehlen halt immer noch Sachen. Hallo ihr Kleinen. Äh. Was gibt es noch? Diamant fehlt mir auch noch. Laserschneider. Äh. Müssen wir beim Mountainbiom finden, glaube ich. Glaube ich. Das war ein Wal. Die sind lieb. Die lieben kleinen Wale. Oh. Hi. So. Wie viel sind wir denn beschädigt? Energie. Eins. Oh. Oh. Und. Buh. Schaffe ich es noch bis nach Hause? Ich glaube nicht. Dä. 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 Komm. Musik. Muss doch. Ich meine. Energie muss jetzt mal. Ach. Geht doch. Geht doch. Und aufgeladen. Gut, dass ich noch ein paar Sachen dabei hatte. Haha. Hab ich extra mitgenommen. Ist nicht so, als wenn das Zufall gewesen wäre. Zufall. Ich hab immer genug von allem dabei. Sowas kann mir gar nicht passieren. Äh. Na gut. Da war das eine Mal mit der Sissi. Aber das ist ja egal. Ja. Das ist nie passiert. Nie passiert. So. Ach. Traut es einem Glück allein. Ich könnte hier oben nämlich eine Plattform hinbauen. Oder einen Turm nach oben. Und dann da die Plattform. Guck mal. Wie hübsch das ist. Guck mal. Wie hübsch das ist. Na gut. Vielleicht baue ich doch eher Kästen nach drinnen. Drinnen. Wir müssen mal gucken. Ja. Ich glaube ich baue erstmal drinnen. Wir müssen unseren Bioreaktor nochmal auffüllen. Sehe ich gerade. Scheiße. Aber wir haben noch Solarzellen. Da la la. Solarzellen. So. Äh. Verdammt nochmal. So. Wo ist mein Grünzeug drin? Egal. Packen wir es hier rein. So. 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 Wir brauchen. Titanen glaube ich nur. Aber ich glaube Quarz wäre nicht schlecht. 1, 2, 1, 3. Für Glas. Quarz. Für Glas. Da haben wir noch eins. Nehmen wir das auch noch mit. So. Wir bauen. Äh. Noch einen Raum. Wir brauchen unbedingt. Ich könnte hier ein T-Stück reinbauen. Aber dann wäre ja das nicht mehr da. Ich könnte das hier oben draufsetzen. Das könnte ich tatsächlich tun. Machen wir das doch mal. Aber die brauchen noch Sonne. Müssen wir da nicht irgendwie. Egal. Ach. Es kann sein vielleicht, dass wir das Observatorium dafür haben. Bauen. Müssen. Haben müssen. Bauen. Geht's nur in die Mitte. Nehmen. Da geht's doch auch hin. Hör. Ah. Okay. Ich dachte schon. Ich dachte schon. So. Bet. Beten wir mal. Da ist es doch. Innenbeetkasten. Beet. Beet. Ihr wisst schon. Guck mal. Jetzt haben wir extra hier diese Flächen. Ja. So. Bauen wir mal zwei. Oh. Geht gar nicht. Ich hab nicht genug Titan. So. Hab nichts dabei. Wir bauen diese Bäume zuerst. Äh. Ein Kasten mit Bäumchen. Ein Kasten mit Träubchen. Und ein Kasten mit Sachen. Äh. Lila. Oh. Scheiß. Ich hätte den Baum glaube ich treffen sollen. Und lila Vasenpflanzensamen. Hängefruchtbaum. Hab ich nicht sowas aufgesammelt? Orange Blütenblätter. Pflanzensamen. Lila Gemüse. Das ist jetzt doof. War das nicht dieses Ding? Das da? Verfaulte Knollenbaumprobe. Mal gucken, ob ich das anbauen kann. Mit dem. Mit der Frucht. Ich hätte den Baum glaube ich treffen sollen. Ha. Hier kann das nicht fallen. Ach. Scheiße. Okay. Wir haben. Okay. Okay. Dann müssen wir nochmal zurück. Jetzt nicht. Dann pflanzen wir das andere Zeug an. Ich glaube ich hätte den Baum treffen sollen. Wir nehmen einfach mal alles mit. Wir brüllen das mal da oben aus. So. So. Lila Vasenpflanze. Mormongemüse. Wir pflanzen alles mal an. So. Alles mal angepflanzt. Aber ich kann das auch so wieder rausnehmen. Ja. Ich blick da noch nicht durch. Wir lassen das erstmal wachsen. So. Guck mal. Hä? Achso. Wasenpflanze. Okay. Warte. Wir haben doch noch mehr Zeug. Oder? Pflanzen erstmal alles an. Dann gehe ich nochmal diese Baumsachen holen. So. Wir müssen noch so einen Beetkasten bauen. Beten. Om, om, om. Om, om, om. So nach oben. Fein. Können wir noch eins dahin setzen? Nein. Dann hier hin. So. Dann kann ich da nämlich kleine Pflanzendinger hinpacken. Dann tue ich da Blumenbasen hin. Guck mal hier. Suchscheinwerfer. Oh. So. Jetzt tun wir die auch mal hier rein. Hauptsache die wachsen. Und vergammeln nicht. Okay. Jucken. So. Guck mal da. Oh. Ja. Diese Mormonen-Dinger. Ich würde gerne wissen wie die wachsen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ob ich da Samen rauskriege oder so. Wenn ich draufschlage. Müssen wir noch gucken. Ha. Doch. Tatsächlich. Guck mal. Ah. Okay. Tatsächlich. Ha. Guck mal. So geht das. Alles klar. Das haben wir so. Sehr gut. Okay. Jetzt ist mein Inventar wieder frei. Jetzt könnte ich eigentlich zurück. und diese einen Dinger noch holen. Dinger. Ich glaube das machen wir auch. Ich will nochmal zurück. Oder? Ach. Das kann ich auch nach der Folge machen. Das mache ich nach der Folge. Ohne euch. Oder? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach. Ne. Och. Was soll's. Ne. Wir gucken jetzt nochmal ein bisschen nach. Ach. Ach. Die Eier. Warte mal. Die Eier. Die können wir ins Aquarium packen. Wollen die mir gesagt. Gucken was daraus wird. Die Ü-Ei-Überraschung. Jetzt habe ich nur zwei Eier. Zwei Eier. Da ist noch eins. Sehr gut. Okay. Rein ins Aquarium. Man kann das auch vergrößern. Indem man darüber noch eins baut. Aber ich habe das schon mal in einem Video gesehen. Das sah so buggy aus. Deswegen. Wir werden das mal ausprobieren. Aber jetzt nicht. So. Dann wachst mal. Was auch immer ihr seid. Ich bin gespannt. Was euch jetzt raus. Oh. Ich glaube das sind Hodenfische. Und das hier sind diese. Äh. Mit der großen Fresse. Ja. Oh. Entschuldigung. Ihr wisst schon was ich meine. Guck mal. Pilze können wir auch. Jetzt können wir auch mal einen Außenposten bauen. Im Nichts. Ja. Es sei denn. Wir können auch diese Korallendinger anpflanzen. Das wäre auch noch hilfreich. Das wäre auch nicht so schlecht. Okay. Guck mal. So ein Schwarm Boomerangfisch ist schon cool. So. Wir gehen. Uns mal heilen. Das haben wir noch. Überlebensmesser. 0%. Oh. Ich kann das reparieren. Wusste ich gar nicht. Reparierbar. So. Ähm. Wir suchen Fragmente. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Zu Dingens. Würde ich sagen. Zur Insel. Scheiß auf. Ich will da nochmal hin. Ich will diese Hängefrüchte haben. Die waren so super krass. Ja. Aber unterwegs können wir noch ein bisschen scannen. Whee. Oh. Guck mal. Unten lang. Abenteuer. Erwartet uns. Eis. Trötze. Wollte ich schon sagen. Schon der Kracherfisch hinter uns. Ach doch. Rrrr. 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 Aber Fragmente finden wir in Höhlen glaube ich nicht. Deswegen brauche ich da gar nicht suchen. Da brauche ich gar nicht suchen. Da brauche ich gar nicht suchen. Oh. Hier ist auch cool. Ne. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So. Äh. Ja. Brückenfragment. Für die Zyklop. Mann. Das wäre so ideal. Ne. Oder. Wir müssen unbedingt auch versuchen. Die Undockbucht zu finden. Oh. Guck mal. Da haben wir schon zwei. Rrrr. Aber hier finden wir halt am wenigsten. Am meisten finden wir in den grünen Biomen, finde ich. Bioreaktor. Als Exempel halt. Scheiße. Pisst euch. Ich muss ihn mal gerade überfahren. Da ist schon. So. Waren das jetzt beide? Jetzt waren es beide. So. Jetzt das da. Brrrr. Oh. Ah. Mann. Es gibt doch nicht schon wieder Bioreaktor. Mann. Diese kleinen Penner. Ich will den wegscannen, damit ich da nicht nochmal hinfahre. So ist die Sau. Ach. Kacke. Jetzt kann ich da nicht mehr hin. Na gut. Weiter Richtung Landmasse. Ich will jetzt hier keine Ressourcen fahren. Wir suchen Fragmente. Wir haben ja einiges an Silber und Gold gefunden, glaube ich. Aber die machen wir noch platt. Spawn tun die nämlich nicht mehr. Haha. Ihr kleinen Drecksfischer. Fischers. Ja. Ich muss unbedingt den Laserschneider auch bauen. Ja. Irgendwann vielleicht setze ich die Priorität darauf mal. Seemord modifizieren. Das haben wir schon. Ist alt. Aber das Brückenfragment. Wärmekraftwerk. Das Brückenfragment. Wir haben. Zyklopenblaupause. Fehlt noch eine. Und Zyklopenbrückenblaupause. Fehlt auch noch eine. Ja. Uns fehlen noch zwei Fragmente. Die anscheinend so selten sind. Dass ich davon schon vier Stück gefunden. Sechs Stück gefunden habe. Von den ersten Dingern. Ne. Ja. Vier Stück. Zählen. Ja. Vier Stück. Zwei Brücken und zwei Zyklopenfragmente. Ah. Hier geht es zum Dingens. Hier ist B1. Ihr könnt auch mal. Ja. Komm. Wir versuchen mal Andockbuch zu finden. Das wäre auch schon mal wenigstens die halbe Miete. Die halbe Miete. Noch nicht. Das. Da fällt eins. Da fällt eins. Komm her, mein Freund. Du willst doch gehisken. Transfusor. Was? Transf... Was ist das denn? Was ist denn der Transfusor? Transfusor. Oh ja. Transfusor. Aluminiumoxid. Guck mal. Wir haben wieder Goldspam. Oh. Oh scheiße. Oh. Ich habe meine Lufttanks gar nicht dabei. Wegen Inventarslots. Oh. Gott sei Dank habe ich das gerade gesehen. Alter. Wir schwimmen doch lieber zur Landmasse. Wir machen das mit der Landmasse mal gerade fertig. Alter. Und 57% Dingens. Oh. Da ist mir ja sowas von in die Hose gegangen. Alter. Huhu. Haha. Fast wären wir drauf gegangen. Meine Güte. Ja. Okay. Fragmente fahren. Das müssen wir noch tun. Schön die Insel. Ne. Bin gespannt, wann die mal nochmal grafisch arbeiten an dem Spiel. Also das haben sie ja jetzt erst gemacht. Ich meine performance mäßig. Sichtweiten und so. Weil ich würde doch schon gerne die ganze Welt sehen. Direkt. Und nicht die Inseln erst später auftauchen sehen. Okay. Man hat ja diese Signalbojen. Aber die werden dadurch eigentlich auch ziemlich abgelöst dann. So. Wir holen nur diese Hängefrüchte. Hängefrüchte. Was war das denn da? War da gerade Dingens. Guck mal. Hier ist auch Lithium an den Dingern. So. Ich komme wieder, ihr kleinen Pisskrabben. Und dann schieße ich euch alle Kilometer weit ins Meer. Au. Oh. Diese Dreckspenner. Ich komme wieder. Mit einer Schubkanone. Ich kann die aber jetzt bauen, oder? Ne. Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Ich glaube ich habe den lila Hängebaum, Hodenbaum noch gar nicht getroffen. Also auf ihn geschlagen. Wir müssen doch irgendwie die Früchte kriegen. Weil wir haben den ja gesehen in diesen kleinen Dingen. Hm. So. Wie können wir den denn anpflanzen? Das muss doch irgendwie funktionieren. Da. Jetzt ist er kaputt. Wir haben ihn zerstört. Okay. Wie kriegen wir die Samen? Okay. Anscheinend sind die da doch drin. Ich muss mal gucken. Wir müssen mal schauen, wie das geht. Ja. Erstmal ist es Zeit abzuspeichern, Leute. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Subnautica. Äh. Jetzt habe ich ja Hängefrüchte. Ich gucke mal, was wir damit machen. Oder wie wir ihn anpflanzen können. Und dann suchen wir weiterhin nach Fragmenten für den Zyklopen oder die Undockbucht. Ich gehe jetzt nochmal meine ganzen Sauerstoffflaschen holen für Tieftauchaktionen. Und dann müssen wir mal gucken. Also. Guck mal, der Baum da ist hübsch, oder? Ist der einzige auf dieser Insel, der so aussieht. Das ist ja ein richtiger Baum. Das ist ja ein richtiger Baum wieder auf der Erde. Krass. Ob die den hier angepflanzt haben? Naja. Wir werden es irgendwann rausfinden. Bis dahin. Haut rein, Leute. Ups. Jo. 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 Jo.